Hi, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt schon gesehen, ein Video von Philipp und mir. Da haben wir Borderflip gemacht und heute mache ich mir Alkoholbrüllen kann mein Vater. Er kommt in zwei Minuten. Dann bis gleich. Peace. Er kommt schon. Er kommt schon. Hallo David, was machst du da? Ich esse Alkohol. Bist du verrückt? Na und? Ja komm, das machst du aber nie wieder. Du schallst doch aufhören. Du Teufel, du Krallertum. Aber ich esse es. Du bekommst es, der bleibt verboten. Nein, nein, nein. Du trinkst es am Hintergrund. Nein, au, au, au. Nein, hier. Oh, der. Ja, nein. Ja, nein, hier. Ja, 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 ja. Oh, der ist Alkohol. Ah, ah, ah. Alkohol. Hey, hey. Na, na, na. Na, na. Aber jetzt. Ah, ah. Au, au. Auf! Aus ins Bett! Nein! Ein Bett ist hier! Nein! Vergiss es, du Teufel! Du Arsch! Ohrschlecker! 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 Nein! Ohrschlecker! 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 Nein! 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 Auf! Auf! Hilfe! Auf! Ohrschlecker! Ich esse mehr von den Dingern! Nein! Au! 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 Und auf! 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 Hoffentlich hat es euch gefallen! Mein Vater ist dort! Und wir sagen, dass das ein Prank war! Schau mal, das ist mein Vater! Schau mal, das ist mein Vater! Schau, ein Prank! Ich hoffe ich habe es euch gefallen. Ich freue mich wenn ihr es abonniert, gratis und ein Daumen-Like gebt. Dann bis ein nächstes Video. Bye Bye!